Hey Leute, es ist wieder soweit. Die Gamescom steht vor der Tür und wir veranstalten wieder ein kleines Treffen. Diesmal dabei ist auf jeden Fall das Funville-Team, Zanderlp, Riol und wir PogChop Media. Und alle Infos zum Treffen hat für euch Riol. Genau, das Fantreffen wird am Samstag, dem 24. ab 15 Uhr in der Halle 10.2 sein. Und wir haben euch auch gerade mal im Video ein Bild eingeblendet, wo der genaue Standpunkt ist, wo wir uns dann treffen. Und für alles weitere gebe ich dann nochmal an Zanderlp weiter. Ja genau, denn am Samstag ist es nämlich so, dass wir dann auch nochmal alles über Twitter und Facebook posten, wo wir uns dann gerade befinden. Es kann nämlich vielleicht auch sein, dass wenn wir so geiles Wetter haben, dass wir dann eventuell nach draußen gehen, aber dann halt zu einem späteren Zeitpunkt. Also wir treffen uns auf jeden Fall erstmal an diesem Stand und werden dann eventuell später, wenn geiles Wetter ist, halt wie gesagt nochmal rausgehen mit den ganzen Leuten zusammen. Also mit euch, die uns dann halt auch besuchen kommen. Wir geben dann auch natürlich Autogramme und alles mögliche. Und ja, für die Leute, die jetzt sagen, Samstag, scheiße, da bin ich gar nicht auf der Gamescom, ich bin erst Sonntag da oder ich bin schon Freitag da gewesen. Warum macht ihr nicht schon vorher ein Treffen? Wir werden das so machen, wir werden alle Links zu Facebook und Twitter von jedem Einzelnen werden wir unten nochmal in die Beschreibung reinpacken. Und wenn ihr uns da halt folgt, dann werden wir da ab und zu immer mal posten, wenn wir jetzt gerade mal 5 Minuten Zeit haben oder mal eine halbe Stunde Zeit haben oder eine Stunde Zeit haben. Dann werden wir da einfach mal posten, hey, wir sind jetzt gerade an dem und dem Stand. Wenn ihr Bock habt, können wir uns da treffen. Also wie gesagt, unten findet ihr nochmal alle Links zu Facebook, Twitter etc. Und wenn ihr uns da halt wie gesagt folgt, dann kriegt ihr auch rechtzeitig immer Bescheid, wo wir uns dann treffen können. So mal eine spontane Aktion. Und am Sonntag werden wir eventuell ein Treffen nochmal wiederholen, je nachdem wie das dann Samstag läuft. Für die Leute, die dann wie gesagt Samstag nicht kommen können oder ja, halt so weiter und so fort. Genau und damit würde ich sagen, sind wir eigentlich durch mit den Informationen zu diesem Video. Ich würde sagen, am Ende gibt es vielleicht noch ein paar Outtakes. Genau. Und vielleicht noch als kleine Info, die Tickets für den Samstag sind wohlgemerkt schon ausverkauft. Das heißt, ihr könnt nur kommen, wenn ihr überhaupt schon ein Ticket habt. Richtig, genau. Nochmal neu. Aber ein Treffen für euch mit uns. Und wer ist mit euch los? Und wir haben wieder ein Treffen für euch. Mit uns. Mit uns. Entschuldigung, ich mute mich. Wacht. Ich stoppe gleich die Aufnahme, wenn ihr so weiter lacht. Jetzt geht's. Und alle Infos zum Treffen hat für euch Rion. Genau, das Fantreffen wird am Samstag. Das ist, wenn ich mich jetzt recht entsinne, der Samstag. Junge, wie kann man so rein scheiß. Ich gucke gerade so im Windows-Kalender und lese mal, wo ist Samstag? Sagst du, das ist der Samstag. Der 24. Ja, viel Spaß beim Outtakes-Schneiden. Am Samstag, wenn ich mich zurecht entsinne, so richtig gut nachgedacht. Ganz ehrlich, meinen Teil kannst du nehmen. Jetzt kannst du deinen Teil einsprechen. Ey, holst du halt. Ja, für mich. Ne, aber jetzt mal ernsthaft, ne? Ja, den kann man nehmen. Ja. Samstag, dem 24.8 sein. Es startet um 15 Uhr. Guck mal, lustig. Wir haben gerade auch 15 Uhr. Gerade von... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Juli, warum machst du sowas? Guck mal, lustig. Du bist so ein Kackler. Ey, du witzig. Ey, ich wollte auch noch mal was sagen. Guck mal, lustig. Ja, wir haben gerade auch 15 Uhr.